mach nochmal hi jetzt pharo 12 Folge 2 das ist die letzte Folge die ich heute machen kann man in einer Schutzphase abbauen ich kann das nicht ich bin schon so eingestellt dass ich es nie probiere obwohl es eigentlich sein könnte ich habe einfach einen Stake Cola ja bin ich ich mache ehrlich farmlich Simulator ich vergesse gerade die ganze Zeit dass ich keinen Target splint habe ich bringe ihn fast in Lava weil ich da eigentlich schon automatisch sehr uncool tatsächlich Minecraft nicht gewonnen ich habe eigentlich keinen Prozess ich habe auch gleich noch Chip mein naja ja nicht so effizient gerade ach warte ich halte Slot ich habe meine Tiers auch beim Strip mein gefunden tatsächlich das ist sehr belastend ja Strip mein auch way to go eigentlich ich habe aber keinen Bock der wo kann ich her Hilfe oh was mache ich mir gleich zu essen ich habe eine Avocado die ich auch essen muss ich glaube ich mache mir raps eine Avocado hast du eine Avocado wie sagt man das auf englisch keine Ahnung ich weiß gar nicht du bist englisch du sollst mich unterrichten Digga ich bin das nicht englische Gemüsesorten war gar nicht Thema bro oder das ist dein Stimmen naja was lernt man da eigentlich leer am Studium Studium ja Digga so die Oberstufen scheiße nur in schlimmer na ok hab ich die verpasst wollte man das tatsächlich auch leer machen aber so ist auch so an sich ist cool also Praxsemester ist auch so geil aber so ein Studium ist schon saureudig manchmal ja Informatik ist auch nicht gar die Welt also ist auch nicht gar zugeschleckt bei Mathe ich weiß nicht ob ne ne ich geh aus Schipp meinen jetzt gell ok du hast keine Mathe ne also gar nicht ne ne zum Glück nicht eigentlich kannst du keine Mathe ist okay doch ich war voll ok Mathe aber gar kein bock drauf halt so Höhe 12 war einmal die beste Höhe oder 13 ja ich mach mal 9 ok bro ich geh aus 12 warte da solange es einstellig ist kann ich's machen aber wieso hast du eigentlich keinen Sport genommen als Lärmst äh weiß nicht ich find das fach nicht so interessant was ja ich hab so Sport gemacht ey jetzt könnte ich rein theoretisch fetzen gehen ne was wieso jetzt könnte ich rein theoretisch fetzen ne nur falls einer in einer Köhle ist so so achso dieses achso ja ja ich seh unseren Namen aber ich weiß nicht ob das ist deine das wird man hier habe ich straight in the cave gebaut nach zwei metern gute cave eigentlich da kam ich hierher hat eben kann auch sein kurz die toten gesehen aber die radieschen von unten was du das nein ja mein spaßreich kurz erschrocken weil ich ehrlich dachte kurz jetzt hat die torte geschlagen gerade ich habe lab ist gefunden das stimmt das braucht man ja auch noch tausend herausführung aber halt nicht mehr als das du nimmst gar kein eis mehr mit oder ich bin zu viel vergiss nicht wir brauchen noch einen ambush ja ich weiß muss das muss jetzt auch ist eigentlich noch trainieren doch aber auch noch ist abgebrochen gerade ungefähr zwei sekunden aber ja wo dann in zwei sekunden ist jetzt nicht achte gar das nervt jetzt richtig jetzt muss überarbeiten ja kurz movie maker aufmachen erweitert wo kann ich denn die einstimmungs gespeichert wird das ist nervig ach dein speicher ist voll ja jetzt muss der auf der feste wo die dinger gespeichert werden das macht das ab jetzt den installieren ein paar videos von dir und dingens ne und dann mach ich auch jetzt das ist kein weg hier ja endgültig löschen so muss reichen löschen jetzt kann ich safe weiter aufnehmen ich hab so viel gelöscht abfuck sag ich ich hab nochmal ein dios gefunden ey gut ey twain oh man ehrlich beim strip mine oder deine cave strip mine ich hab gerade angefangen zu strip mine ein lag digger ist gut okay lass mit full die raus gleich ach das heißt sie haben sieben noch für free use warte habe ich leder ne hab ich nicht das wird schon entscheiden können nochmal ein hülschen kraften ne schüchen kraften scheiß noch schuhe ach der geist hatte gerade zwei chests bauen warum schuldig sein lag 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 das ist ganz ganz schlimm kennst du dieses du willst eigentlich aufhören zu strip mine aber dann denkst du dir bruder hinter den nächsten block ist safe dir und das geht dann die ganze zeit weiter in den block ja ich höre immer auf die pickings kaputt ist so wie jetzt dann bleib ich zurück weg das ist noch früher als ich so war doch prime war da hab ich so richtig gesweatet beim strip mine ich hab mir alle taktiken rausgesucht hier diese das jetzt strip mine taktiken ich glaub es krach bei dir aber ich schwöre ich hab mich reingeswolltet man bist du stolz auf die zeit? ne so eine zeit wahrscheinlich also ich mein ich hab schon freshe projekte gewonnen aber hallo meinen kindern werde ich jetzt nicht erzählen ihnen damals habe ich project cloud oder gewonnen weißt du warum nicht he ja was damals ich zeig dir das video von kevin film und dann bist du stolz auf mich glaube ich hast du recht ich hab noch mal die erst gefunden kein problem also äh wie viel Geld willst du mir so geben für dir? du farmst uns wohl die gell ja ich geb dir 5 cent für die zeichne ich will ehrlich du dir hast stark also du kannst mich schon 15 mal 5 warte wo das ich studiere informatik bei ne wo die sich wirklich bekomme natürlich ja so die api stück quasi na so 15 cent wow eigentlich ist egal weil ich muss ja eh diamanten fahren deswegen ich mach es nur noch plus mit Zeit wahrscheinlich also ok nehme ich an den deal ich hoffe du hast 15 ich weiß ja nicht wie es bei dir finanziell aussieht weil KFC hat schon reingescheppert weiß ich ums Geld reicht was hast du denn bei KFC geholt was hast du denn bei KFC geholt mit so einem Kollegen habe ich so ein Bucket Ding geteilt so da gab es so ein so ein so ein Sonderangebot teil damit mit so einem Bucket Ding und äh Burger und Pommes und Getränk für jeden für 28 28 jaja aber das ist auch ne gute Preis für KFC Verhältnisse 28 oder oder was ja bruder wenn ich mal mit meiner Freundin Sushi essen war habe ich natürlich mehr Batschen im Fels aber Sushi ist auch magst du Sushi? ja geht ich hab find's jetzt nicht so bad ich hab noch nicht so oft gegessen noch wenn du ein Dormer bist wenn du ein Dormer bist nimm dich mal zum Date mit und dann kann ich testen du bist mein Date dann ach ja bro manch ok viel zu viel Eisen ich kann nicht mal einsammeln doch ich hab auch schon bald zu viele Dias ich hoffe nicht ich finde aber keine gell ist ganz egal was ich mache ich bin kein Dias ich bin auch kein Dias ich bin auch kein Dias hast du schon 15 ja ich hab jetzt noch plus die Pegax oder 15 gesamt nein nein die äh 15 gesamt das wäre auch zu schön hätt ich schon 14 plus Pegax Dias hast du noch 12 oder hast du noch 10 ein Helm, ein Dings ist das immer hin, immer Schuhe meinst du ein One Piece äh 3 mein Schimmer wir machen das Projekt wir gewinnen glaubst du wir haben gewinnt und sei mal ehrlich jo wir wissen euch wie viel spielt immer wieder also nein na ich bräuchte nicht mal hier ich bräuchte mal so schmackotastischen Uncharted das ist Wasser hier die ganze Zeit ich weiß nicht von wo es kommt Afrika wir sind aber saun nah dran ach da hat sich kein Cobblestone jetzt glaub ich zu viel weiß auch dieser wird so Probleme ich hab schon einfach 4 Steaks Kohle ich bin so hobbylos Digga hier waren wir doch safe schon oh nein hier war ich wirklich schon glaub ich ach ne ich hab Dias geil uff sagen wir das ist ne gute Quelle noch nicht abgebaut warte safe einer win boah seh ich bei dir safe einer win ist das ach so safe einer win ist wirklich nur einer win ehrlich ja nein hast du drumherum hingebaut ja ja hab ich grad gemacht du Peniskopf egal ein Dias sind Dias Schaufel ne ja mach ich mich gleich jawohl es gibt glaub ich eigentlich Leute die machen das so aufs trotz weißt du ja wenn ich so wie viel spielt jetzt hab ich so auch gleich was mit den sogenannten flex ja ich kann Lava sehen an mir das ist immer ein gutes Zeichen Lava sehen schmecken immer kann man immer gut verbrennen warte wir nun Dias 1 1 1 1 ja ist halt das krach komplett halt du mit einem ist krach das eine Dias dann haben wir 13 insgesamt minus 2 Enchanter ja sieht nicht so schmackotats aus eigentlich aber ist egal Redstone brauchen wir ähnlich wie immer heißt keine Falle ne oder bist du so ein G Lass uns eine Falle bauen Bro das ist der Vibe lass das machen kommt krass ja ok stand ich hoffe du kannst irgendwas bauen ne ich dachte du machst das Bruder ich bin Bruder ich bin Bob der Baumeister wenn es Sachen mit rein Redstone äh ich meine ich bin hängen geblieben wenn es mit Sachen im Redstone geht ja dann im Radzentrum ist auch bei dir ein bisschen hängen geblieben oder Bruder ich kann gar nichts mehr ich sehe nur noch Zahlen und Informatik nämlich auseinander ich höre irgendwo Wasser ich höre alles Bruder ich höre Gangbang ich höre Gangbang aber wo ist der Fischung aber wo ist der Fischung wenn ich jetzt keine Dias halte ach digas warum gehts nicht mehr hä 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 ich wäre schon gerne bei der Gruppenversammlung vergesst nicht Gold mitzunehmen bitte du gäbs naja ich hab drei schon noch Päne egal ich hab ein Stack mehr als noch ein Stack ja dann carryst du wenigstens für etwas ne ja gerne ich hab meine Öfen gleich stehen lassen aber ich hab grad eine Cave gefunden wo ist die Cave oder das das ist zwar einfach so eine Beleidigung ich hab diese Folge nur eine Diakwelle gefunden ich meine für eine 1 Folge nur eine Diakwelle das ist sehr schlecht das ist echt schlecht ja und die Folgen gehen so schnell zu Ende ja das ist so schlimm 30 Minuten das hat so einen Heidenspaß halt ja ich hab noch mehr Zeit als du naja stimmt verlass fair ich hab einen Diakwelle gefunden du 15 dafür hast du 3 ein Steck Gold ich hab 3 irgendwo ist hier eine Höhle ich hab die Höhle gefunden 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 auch das machen